Schauen Sie sich diesen Jaguar einmal aus der Nähe an. In diesem Auto finden Sie einen Dieselmotor und eine Automatik. Dieses Auto ist unter anderem mit einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik ausgestattet. Ebenfalls ist dieser Jaguar mit einem Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Wenn Sie möchten, können Sie eine Probefahrt mit diesem Jaguar machen. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017